Ich heisse Gido Schweizer und bin der Sami Klaus von Zürich. Das Melitron kombiniert mit dieser Stadt ist genial. Zürich hat so gute Voraussetzungen mit der Weihnachtsbeleuchtung. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Der schönste Moment ist für mich, wenn ich es alle sage und das Kind mir in die Augen lasse. Ich habe meine Lieblingsplätze, meine Lieblingsbäume. Ich gehe viel auf der Gemüsebrücke und das Mittagessen. Ich hole irgendwo ein Sushi und hänge dort ab. Dann kannst du voll drauf sitzen und die Beine pampeln. Ich habe eine schöne Foto gemacht. 13 Runden mal 24 Kinder in 8 Jahren ist eine gewaltige Zahl. Das ist einfach genial.